Jürgen, in der Küche gefunden, hast du es gesehen? Hm? In der Sonne, in der Küche gefunden? Mhm. Weiss. Mama, du liebst dich immer. Ja, das ist mega gut. Jürgen. So, siehst du. Schau, was machst du? Bei deinem Lüten. Warum? Kannst du dir mal vorstellen, dass du das Bild braucht? Ja. Heute kann ich es dir nicht vorstellen. Was soll ich dir zeigen? Ja. Hm. Das Bild hat aufgenommen, oder? Dann hast du mir etwas aufgenommen. Und der Freund hat mich aufgenommen. Und dann einfach da aufgelassen. Weisst du? Mhm. Und dann ist das auch nicht draufgekommen, oder? Nach dem Endeschluss. Dr. Als ob sie herum. Glas an. Wie schon sieht aus. Migain. Sehen? Gebe ich whirl.